Und weiter geht's hier mit dem Landwirtschaftssimulator 22 und dem First Look, dem Projekt planlos im Game. Erstmal alles kennenlernen und gucken, was das Ding hier so kann. Und ich habe schon einiges gelernt, dank eurer Kommentare unter den ganzen Videos. Mega hilfreich. Und jetzt geht es weiter in die Aufträge. Wir müssen Cash machen, damit wir hier unser großes Ziel erreichen können, eine komplette Fischzucht aufzubauen. Also weiter geht's hier mit Aufträgen und Co. Ich lasse die Gewächshäuser erstmal noch so, wie es läuft, so wie es bisher gut funktioniert. Also hier kommen jetzt die Tomaten und alles. Das wächst ja hier und das gedeiht alles. Das lassen wir erstmal noch alles so, wie es ist. Und wenn das ein bisschen voller ist, dann kann ich das natürlich auch wieder einsammeln und wegbringen. Genauso hier mit dem Honig. Wenn der dann komplett voll ist, vielleicht sogar schon nach den Aufträgen gleich, dann wird auch der natürlich mit aufgeladen hier auf unseren Anhänger und dann weggebracht. Ja, als nächstes gucke ich mal, dass wir vielleicht so zwei größere Aufträge hinbekommen, die einfach lukrativ sind und die man einfach auch relativ schnell machen kann. Ich hatte hier gerade schon mal reingeschaut. Hier gibt es zum Beispiel einen Ernteauftrag. Der bringt 15.000 Euro. Das ist ja der Hammer. Und ich kann für 1.000 hier quasi die Sachen ausleihen, bekomme aber auch, dank eurer Info aus dem letzten YouTube-Video, ich bekomme ja auch noch ein bisschen was für die Ernte. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Das heißt, also ich ernte was, ernte natürlich alles komplett ab und bekomme dann noch einen kleinen Bonus fürs Verkaufen der Ernte. Und das ist natürlich richtig nice. Jetzt sehe ich hier gerade, dieser Ernte, ich weiß gar nicht, was das ist. Der sieht so komisch aus. Ob das Rüben sind oder so? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier oben steht es noch, Ernte Kartoffeln. Oh mein Gott. Kartoffeln ernten. Kartoffeln ernten. Ich habe ja, ich habe ja einen Trauma mit Kartoffeln ernten. Ich sage dir, zwei Reihen Kartoffelernter und dann 24-7 da im Kreis fahren und immer nur zwei Reihen Kartoffeln rausrumpen. Das war schon der Hammer, ey. Aber das Teil sieht zumindest schon mal ein bisschen größer aus. Und ich werde natürlich wieder einen Helfer aktivieren. Helfer rein, der darf schön die Kartoffeln ernten. Denn ich hocke mich dann, tja, ich hocke mich dann in den, in den Wagen hier. Ja, ich muss das alles ausleihen. Ja, sonst muss ich mir das ja extra nochmal ausleihen. Das ist vielleicht ein bisschen billiger, aber vielleicht auch nicht. Ich leihe mir das einfach aus hier, komplett und gut ist. Und ich würde sagen, wir starten damit. Und im Nachhinein, hier hatte ich doch noch irgendwas gesehen, gab es nicht auch noch sowas wie, nee, ist gar nicht mehr drin. War gerade noch drin mit, nee, ist nicht mehr drin. War gerade noch drin, oh, guck mal hier, Ballen pressen. Mit Düngen. Düngen ist natürlich immer einfach. Ballen pressen. Ob ich mal Ballen pressen soll? Oh, nee. Nee, guck mal wie viel Geräte. Nee doch. Nee doch. So viel, nee, 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 nee. So viel Geld kann man mir da gar nicht für bieten. Wie soll ich das alles machen mit meinen zwei linken Händen? Nö, nö. Wir gehen erstmal schön rein in die Ernte. Das hat letztes Mal ja hervorragend funktioniert. Also, Vertrag, Auftrag, Akzeptieren, Geräte ausleihen, ganz wichtig. Nicht auf Akzeptieren, sondern erstmal auf Ausleihen. Und dann wird es automatisch ja auch akzeptiert. So, jetzt haben wir es hier oben. Das Ganze ist aktiv. Und wir drücken Tab und landen dann. Und drücken nochmal Tab. Und landen dann hier beim Kartoffelvollernte. Ja, lecko, Fanny, was ist das denn für ein krasses Gerät? What? Hier ist ja alles dran. Was haben Sie, was ist denn da alles bei? Das ist ja der Hammer. Ventor 4150. Was macht der denn, ey? Hat er hier so irgendwelche Bürstchen und sowas mit dabei? Schrubbt er die Kartoffeln direkt oder was? Schält er die Kartoffeln? Hahaha. Hat eine Maschine, Alten. Und ich hock da einfach chillig drin. Ja, boin. Alter, was ein heftiges Gerät. Und ich wollte gerade fragen, gibt es sowas in echt? Das muss es ja in echt geben. Das sind ja wahrscheinlich echte Maschinen hier alles. Das ist ja der Hammer. Was ein Gerät. Ja, damit geht es jetzt erstmal ab auf den Acker. 58. Ich glaube 58, genau, ist hier unten in der Ecke. Gornig. Na ja, doch, ist ein ganzes Stückchen weit weg. Also, einmal quer hier über die Straße. Ich glaube, ich fahre jetzt hier hinten rum. Hier unten entlang. Und dann landen wir gleich hier unten an der Ecke. Und ich mache, ich mache, glaube ich, auch hier wieder ein Vorgewende. Damit dann, und zwar hier, ich glaube hier einmal so auf der schmalen Seite. Und hier auf der Kurve. In der Hoffnung. Also hier die Gerade lasse ich dann. Aber hier einmal rüber. Und dann hier oben die Kurve. Damit dann der Helfer es vielleicht leichter hat. Ich muss mir das gleich mal angucken, wie das hier oben ist mit den Bäumen und so. Und dann geht es los. Also, als erstes mal dahin brettern jetzt mit dem Ernter. Und dann sehen wir uns. Alter, was für ein Gerät, ey. Und die ganzen Monitore hier. Hammer. Auf welchen verdrück ich mich hier nicht mit den Knöpfen. Naja, dann mal los, wa? Ab geht es. Ab auf die Straße. Und bis gleich auf dem Acker. Und damit sind wir hier auch schon. Ich wäre schon fast vorbeigefahren, zu weit gefahren. Hier ist es ja auch schon. Feld 58. Genau. Und da hatte ich gesagt, hier vorne hin. So, jetzt muss ich doch nochmal eben die Außensicht machen. Boah, Alter, was für ein Gerät, ne? Ist das der Hammer, Alter. Ist das der Hammer. Was für ein krasses Gerät, ey. Ist das der Hammer. Imagine, du fährst mit so einer Maschinka hier durch die... Erstmal dem Nachbarn alles plattgegurkt, ey. Der freut sich. So, warte mal. Ich muss hier mit meinem Kartoffelernter durch. Brauche ich hier GPS? Ich glaube, anfangs nicht. Weil ich ja jetzt erstmal das Vorgewende mache. Mache ich hier... Ich glaube, ich mache hier sogar zwei Reihen Vorgewende, oder? Zwei Reihen auf der Spur, damit der Helfer nicht so weit auf die Straße rausbreddert. Also, das sollten wir, glaube ich, machen. Erstmal gucken, wie das hier alles aussieht. Helfer einstellen nicht. Erntemaschine anschalten. Ne, also erstmal senken wahrscheinlich, ne? Wieder mit V, genau. Oh, 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 was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier alles? Transformers. Yo, Alter, übertreib's mal komplett. Ne komplette Fabrik ist das hier. Ist ja der Hammer, allen. Warte mal. Ballert er mir gleich die Kartoffeln sofort auf den Acker? Erntemaschine heben. Erntemaschine zuklappen. Ne, 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 ne. Aufklappen. Der ballert mir die Kartoffeln gleich direkt auf dem Acker, ne? Warte mal ab, ey. Ich muss mal drei Stück ernten. Alter, die werden wirklich hier sauber geschrubbt. Ist das der Hammer? Oh, Alter, geile Erdäpfeln. So, warte mal. Habe ich schon drei geerntet? Ist das mühse, ja. Da. Da, 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 da kommen sie. Die Äpfel. Und da werden sie durchge... Und hier raus, und... Ah, nee. Ne, 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 die werden hier auch erst mal gesammelt. Das ist gut und wichtig. Nochmal einen Test. Da kommen sie durch. Eine kleine Portion hier an den Seiten. Abgebürstet. Äh, ist das geil, Alter. Ist das der Hammer. Ey, was ne Maschine. Ey, ich werde ja wei. Was ne Maschine. Ah, Alter, Fanger. Was ein geiles Gerät, ey. So, jetzt fahren wir erst mal hier schön das Vorgewende. Oh, da kommen hier die ganzen Kartoffeln raus. Bestimmt auch Steine. Der poliert doch bestimmt auch ein paar Steine auf, oder? So, fahren wir hier erst mal schön lang. Ist das der Hammer, ey. Ja, geil. Siehst du, sowas macht doch Bock, ey. Was ein krasses Gerät, oder? Ich hab sowas noch nie live gesehen. Hast du sowas schon mal live gesehen? Wo denn? Wo gibt's denn solche riesen Maschinen, Alter? Ich mein, jetzt bin ich nicht unbedingt das geborene Landein, ne? Aber. Gut. Das ist natürlich schon ein Ding, ey. Ey, ey, ey. Er ist auf jeden Fall komplett besoffener. So, warte mal. Jetzt drehen wir hier mal rum. Wenden in elf Zügen. Mua. Was sagt das? Okay, wir haben 18%. Eine Reihe hier durchgezogen. Oh, das ist aber eine schmale Reihe. Da sind auf jeden Fall zwei Vorgewände wichtig, ey. So, dann wieder runter. Absenken. Ja, jetzt könnte ich natürlich praktischerweise, wäre natürlich jetzt hier wieder mit dem, mit dem, ey, 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 fahren wir gerade. Mit dem GPS wäre natürlich schon gut gewesen. Ach, guck mal, da vorne. Ah, da sehe ich es gerade. Vorne an der Spitze, wo dieses kleine gelbe Fähnchen ist sozusagen, da spuckt der die ganze Zeit das Grünzeug aus. Das ist natürlich praktisch. Und ein Grünzeug, das brauchen wir ja nicht, ne? Früher war einfach schön Kartoffelfeuer. Grünzeug abernten und so. Und dann schön Kartoffelfeuer machen. Und dann in die heiße Glut die Erdäpfel reinschmeißen. Ah, das sind aber mal Bratkartoffeln auf einem anderen Level gewesen, ey. Sensationell. So, jetzt ziehen wir hier schön gerade durch. Auch wenn das jetzt gerade eine knappe Reihe weniger ist. Aber ich habe da vorne, oder da hinten habe ich so ein bisschen rumgeeiert. Und dann passt das gleich hoffentlich. Alter, der Kartoffelernter, ist das krass. So, jetzt ziehen wir hier nochmal die Seite durch. Und dann mache ich noch eben diese... So, auch wieder heben. Diese Schräge. Guck mal, das sah doch fast perfekt aus hier. Fast perfekt. Nur eine kleine Ecke. Ist das ein Gerät? Oh, 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 der Gartenzaun vom Nachbarn. Uh, easy. Mit Schwung und rum. So, das haben wir. Aber diese Ecke, die geht ja straight ab da oben hoch bis zu den Silos. Die wird der Helfer ja wohl schaffen. Gar kein Problem. Aber jetzt die andere Seite, die hat eben die Rundung bis zu den Bäumen. Und da ziehe ich dann doch lieber nochmal durch. Wobei der ja wahrscheinlich nicht... Ähm, nicht... Naja, der wird ja ja nicht... Ja, doch, vielleicht doch, der wendet, ne? Der wendet, also hier die gerade Strecke wird nicht das Problem sein, aber die Kurve hinten. Und der wird ja dann irgendwo da wenden, wenn er hier lang durchzieht. Von daher starten wir hier nochmal rein. Ist der Hammer. Ist der Hammer, Alter. Was für ein Gerät, ne? Bevor das Teil voll ist, muss ich dann gleich natürlich nochmal... Hammergeil, Alter. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, Alter. Ähm, gleich natürlich nochmal die, ähm... Alter, was ein Monster. Den, äh, den, den, den Dinges muss ich noch holen. Wie heißt er? Den Wegfahrer, den LKW. Der muss auf jeden Fall noch ran. So, warte. Vorwärts. Ziemlich gerade das Ganze. Dann runterlassen. Ist das ein Gerät? Ist das ein Gerät? Krass, krass, krass. So, mit dem Monster jetzt hier. Mit dem Monster geradeaus. Wait, 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 wait. Nicht so viel krumm und hin und her fahren. Leifen stehen gerade. Ja, so einigermaßen. Habe ich das an? Abschalten. Es war noch an. Okay, neuer dann. Theoretisch könnte ich jetzt GPS einschalten, ne? Warte mal. Wie war das GPS? Alt C. Ähm, Shift. Ne, Steuerung C. Dann kommen wir hier rein. Automatische Breite berechnen. Spurführung an. Und hier gehen wir auf A-Richtung. Punkt setzen. Null Grad. Und wir haben da die Spurführung. Dann, da vorne sieht man es so leicht in blau und weiß an der Spitze. Und jetzt machen wir mit, äh, wie war das? Alt, Bild hoch, Bild runter. Genau. Mache ich die ein bisschen weiter nach links. Dass wir auch beide mitkriegen hier. Dann auf Alt X. Jawohl. Blöp. Der weiße Streifen vorne an der Spitze wird grün. Und dann drücken wir 3 für Tempomat. Und es läuft. Und es läuft. Und er zieht einfach GPS gesteuert. 1A. Hier die Bahn durch. Schön gerade jetzt erstmal. Danach setze ich ein Stück zurück. Und ziehe schräg in die Kurve. Einfach ein bisschen rum. Aber das machen wir jetzt hier erstmal schön gerade. Ja, ich glaube, das passt sogar vom Füllstand. Und ich sehe auch jetzt schon, er wird, ich denke mal, mit dem einen Vorgewende, wird er das doch bestimmt schaffen. So, stopp. Jetzt machen wir das mal so. Guck mal, den nimmt er auch mit, oder? Ja, den nimmt er auch mit, oder? So, und jetzt gehen wir hier schön rein. Fahren das hier so ein bisschen manuell einfach ab. Ohne GPS brauchen wir es gerade nicht. Warte, falsche Taste wieder. So, da ist es wieder aus. Und dann machen wir jetzt hier einfach ein bisschen Platz. Einfach nochmal ein bisschen mehr, damit der Helfer hier gleich ganz entspannt wenden kann. Guck mal, ich kann mit der linken Maus das irgendwas machen. Aha, ich kann die, den Abkippwinkel ändern. Von dem Fließband. Oh, was es alles gibt. Also ohne Scheiß, Leute, ich bin schon schwer begeistert, oder? Das ist doch, das ist doch mal ein richtig geiles Ding. Und das ist doch mal Kartoffeln ernten auf einem anderen Level, ey. Was für eine Maschinka. Ich glaube, ich wurde geheilt. Mein Kartoffeltrauma ist so einigermaßen beseitigt. Zumindest mit so einem Gerät hier. Das schmeckt doch tatsächlich. Alter, Faller, du fährst ja hier mit einer halben Fabrik fährst du hier rum. 67 Prozent, gleich 70 Prozent geladen. Das sieht gut aus. Hier die Ecke nehmen wir noch eben mit. So. Das sieht doch wirklich gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ja, jetzt werde ich hier das so einstellen, dass der, Alter, was ein Teil, ey. Dass der Fahrer jetzt hier gleich einfach nur noch, ist das der Hammer, oder? Dass der einfach nur noch jetzt hier die gerade Bahn fährt. Also wir gehen nochmal auf das GPS. So, C. Da ist es. Da stellt man natürlich jetzt gleich nochmal eben ein. Ich weiß gar nicht, ob der Fahrer das braucht. Ich glaube nicht, ne? Die Helfer. So, nach vorne. Wir machen Senken von dem Schneidwerk und allem. Dann war das Altbild drauf, runter. Wir nehmen alle Zeilen natürlich mit. Also machen wir das so. Und kriegen 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen kriegen wir. Fünf Reihen auf einmal. Dann Alt-X. Kurz Tempomat einschmeißen. Er korrigiert sofort. Und jetzt gehe ich auf H und aktiviere hier den Helfer. Wo ist H? Wo ist H? Ich kann hier keinen Helfer reinsetzen. Du machst mich fällig. Stopp. GPS aus. Da ist der Helfer. Als ob. Okay. Okay. 79 Prozent. Jetzt kommt der Helfer rein. Er ist drin. Und ich gehe jetzt schnell hier ankoppeln. Und ich muss ja die ganzen Kartoffeln, die ganzen Erdäpfel, die müssen ja weg. Die müssen ja weggebracht werden. Also ankoppeln. Schön ran da. Na komm, Stück geht noch. Hängt. Und jetzt ist gleich die große Frage. Also ich bretter jetzt erstmal schnell hin. Und jetzt ist die Frage, wo müssen die Erdäpfel hin? Alter, nur aber schon schnell. Er ist schon an. Er ist schon fertig. Er ist schon fertig und voll. Alter, Faller. Und ich wollte gerade noch gemütlich gucken, wo ich überhaupt hin muss damit. Passt das so? Ja. Oui. Hey, wait, 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 wait. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und der Ernter ballert hier alles raus. Ist das der Hammer, oder? Ist das der Hammer. Alter, das Teil hier. Ventor 4000 irgendwas. Der ist ja krass, ey. Der ist ja mal richtig krass. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. So macht Kartoffelernte auch Bock. Und er fährt weiter. Und ich bin zu 100% gefüllt. So, jetzt beeilen. Wo muss das Ganze hin? Escape. Vomachinne hier. Aufträge. Bringe das Ganze zu. Nee. Aktiv. Kartoffeln zu. Feed and Grain im Süden. Feed and Grain Süd. South. Feed and Grain. Wo waren hier denn diese Produkt? Hier, Kartoffeln. Feed and Grain. Das aktivieren. Markierung setzen. Und es ist da hinten. Wenn wir auf die Map gucken. Das M und Map nicht einfach. Ist das hier? Nee, hier unten. Das ist das, ne? Mit dem Ausruf. Ja, das ist geil. Das ist gar nicht weit weg. Da brettern wir jetzt schnell hin. Ab geht das? Oh, oh, oh. Warte, warte. Richtig, 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 richtig nice. So. Er gibt jetzt Gas. Ich gebe auch Gas. Oh mein Gott. Alter, ist das der Hammer. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht, der Traktor hier, oder? Auch nicht schlecht. Ja, passt. Das passt doch. Alter, was der alles hier hat, er. Aber wonach soll ich auch gehen, ne? Was sind die Kriterien? Sieht gut aus. Das sind wahrscheinlich nicht die wirklich wichtigen Kriterien. Gibt es irgendwelche wirklich wichtigen Kriterien für Traktoren? Ich hatte es beim letzten Mal schon mal gefragt. Gibt es den geilsten Traktor? Irgendwärte noch was geschrieben von wegen John Deere und so. Und wenn die Reifen gelb sind, dann bist du ein fauler Bauer. Was ist das denn für ein Spruch, Alten? Ist das nur Schickimicki oder was? Vielleicht ist John Deere einfach nur ein Schickimicki-Traktor. Ah. Das wär's natürlich. So, warte. Da vorne leuchtet es noch grün. So soll das. Perfekt. Und dann bin ich ja sehr gespannt, wie das da gleich aussieht. Das bringen wir mal direkt weg. Und vor allem, wie viel das an Cash bringt. Wobei, nee, Cash kriegen wir, glaube ich, erst am Ende. Oh, guck mal, hier ist das schon. Das ist ja lässig. Das ist doch richtig gut. So, jetzt machen wir aber eben die Außenansicht wieder. Ich würde nämlich gerne wissen, wie der ab... Okay, der kippt nach hinten. Ja, alles klar. Der kippt nach hinten raus. Sieht zumindest so aus. So, schön draufbreddern. Und dann raus mit die Kartoffels. Juhu. Boah. Die Mädchen, die würden da so rausballern, Alter. In voller Breite. Alter, jetzt weißt du auch, woher die Druckstellen kommen an deinen guten Kartoffeln. Hier. Nicht feinsäuberlich handgepflückt und so. Einfach in großen Massen rausgeballert, das Ding. Mann, 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 Mann. So, fährt er noch oder fährt er... Doch, er fährt noch. Das ist gut. Ich glaube, da komme ich auch gerade rechtzeitig. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Und ich bretter hier einfach drüber. Wie wir ja gerade festgestellt haben, war das gar nicht so schlimm. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie schnell fährt er. Auch wieder so 11. Ist das so einfach Standard 11? Ich fahre einfach so mal so daneben. Und halt einfach mal manuell so ein bisschen der Tempo. Warte Gott, ah, Tempromat ist wieder auf 52 eingestellt. Das ist natürlich uncool. Boah, ich eier hier aber auch wieder rum. Boah, na, schön den Frühstückskorn erstmal wieder kalt serviert. So, dann geht er wieder. Perfekt, mach leer das Teil, Algen. Bei einer Ohren nicht rein. Oh, ne, guck mal, der zieht jetzt hier. Das ist jetzt 1 zu 1. Ne, das lohnt sich ja nicht, ja. Das ist ja 1 zu 1, was er jetzt gerade da rauszieht. Andererseits bin ich auch schon fast wieder voll, ne. Ich bin ja schon fast wieder voll. Mit 68%. Da fahren wir mal eben hier schön entspannt. So, fahren wir mal schön hier neben. Und dann kommt er ja hier. Na, klappt das, Minion? Der macht das, Alter. Oh, der macht das gut, guck mal. Trotz, na gut, zweimal Vorgewende. Bei dem Riesen-Gerät, ne. Ich glaub, da hätte auch noch mehr sein können, ne. Guck mal, der hat jetzt hier, jetzt sind hier zwei, doch, hier sind jetzt gerade zwei Bahnen. Der hätte bestimmt vier Bahnen gemusst, um, um den einmal, die volle Breite über da hinstellen zu können. Aber es klappt ja auch so, ne. Solange das da oben klappt, mit der schrägen und den, und wo die Bäume sind, ist doch alles super. So, jetzt kommt er hier gleich vorbei. Ich fahr ein bisschen mit. Und dann habe ich gleich hoffentlich die, äh, letzten, die letzten 30 Prozent auch noch voll. Oh, 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 oh. Und dann ist doch alles tutti, ey. Ja, so macht das Bock. Ich sage dir allen, so macht das Bock. Das ist geil, ey. Das ist, das läuft läscher. Das funktioniert. Man weiß ungefähr, was man hier tut. Wenn auch nicht so ganz genau, aber es funktioniert halt irgendwie. Hoppala. Die Erdeäpfel, die fallen hier schön vom Fließband. Pfui, fallen sie da oben in das Körbchen. Tippitoppi, ey. 85 Prozent. Komm, schmeiß noch ein paar rein hier von den Kugeln. Aber trotz allem, das braucht schon Zeit, ne. Da muss ich aber auch sagen, das ist schon so ein Auftrag wieder. Das ist nicht grundlos, dass man dafür so viel Cash bekommt. Das braucht tatsächlich Zeit, ne. Also, das ist wirklich wieder so ein Auftrag, wo du, wo du das einfach knallhart einplanen musst. Dass du ja auch mal, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde dran hockst. Komm, mach voll jetzt. Die letzten 100. 100 Prozent. Tipptopp. So, er wendet wieder. Das gucken wir uns nochmal gerade eben an. Alter, ich sage es dir, ne. Als ob ich hier persönlich drin sitzen würde. So viel Skill hat der. Vielleicht sogar mehr. Hat er geschafft. Easy peasy. Ich würde wahrscheinlich einfach im Kreis fahren. Aber passt schon. So, wir bringen das Ding wieder weg. Er zieht jetzt hier seine Bahn. Und er kann auch erstmal ein bisschen Gas geben. Und wenn er dann gleich fertig ist, dann gucken wir uns das ganze Zinnober hier auch natürlich nochmal ausgiebig an. Und wenn er da. Musik Mann, 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 Mann. Ja, das wird ja tatsächlich noch einiges an Reihen dauern hier. Hammer, hammer hart. Die Karre ist bald schon wieder voll. Also alles wieder wegbringen hier. Voll machen, so. Aber das sind tatsächlich ja noch einige Bahnen, die hier gefahren werden müssen. Bis das Ganze erledigt ist. Wahnsinn. Das braucht wirklich lang. Hoppala. Und ich eier hier schon wieder rum. Und wenn man hier auch noch so rumeiert, dann braucht das ja noch länger. So. Oh, 100% voll. Also, Attacke, Vollgas, Abfahrt. Und er kann hier schön weiter seine kleinen, schmalen Bahnen ziehen. Und raus damit. Alles wieder abladen. Ja, follow. Mann, 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 Mann. Wie schnell das dann aber auch gehen, ne? Raus mit den ganzen Erdäpfeln. Zack. Und direkt wieder Gas geben. Keine Zeit verlieren. Damit wir endlich das ganze Feld leer haben. So, der Traktor steht ja gerade auf dem Acker und macht nicht viel. Und ich habe gedacht, komm, ich nutze die Zeit auch noch mal ein bisschen sinnvoll. Und fülle zumindest noch mal hier die Wasserfässer auf. Damit wir hier nebenbei auch noch mal ein bisschen was machen können. Denn bis der voll ist mit seinen Bahnen, das dauert ja tatsächlich doch eine ganze Weile. Und ich stehe fast nur daneben und kann gar nicht so viel machen. Das ist natürlich uncool. Deswegen jetzt nebenbei noch mal schnell hier die Fässer auffüllen. Und noch mal ordentlich Wasser reinlassen für die Felder. Ich glaube, jedes Gewächshaus kann ganz entspannt noch mal ein gutes Fass vertragen. Wir haben jetzt ungefähr 12.000 drin. Und dann nutzen wir doch einfach hier die Zeit und füllen das Ganze auf. Man kann ja zum Glück einfach so hin und her swappen zwischen den Maschinen. Und dann mache ich das auch. So, jetzt hier wieder abbiegen. Ja, genau. Direkt rein in das Wasser. 7.300 Liter auffüllen. Das heißt, da sind wir irgendwie so bei 19.000 Liter ungefähr. Und damit sind dann die Gewächshäuser auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also richtig gut bedient. So, direkt auffüllen. Dann muss ich bloß gucken, ob ich den nachher auch noch mal abspritzen muss. Ob ich den sauber machen muss? Habe ich noch gar nicht sauber gemacht, das Teil. Aber so richtig dreckig sah der bisher auch noch nicht aus, ne? Aber vielleicht hat er so einen versteckten Schmutz. Der Anhänger. So, direkt raus. Zack. Und wieder voll machen. Und mal gucken, wie schnell das geht, wie viel Zeit ich habe, bis dann der Ernte auch komplett gefüllt ist und ich ihn dann wieder abpumpen muss. So, da sind wir auch schon. Zack, direkt hin. Wasser rauslassen. Und gleich mal direkt reinschauen hier, wie voll das denn jetzt wird. Die waren, wie gesagt, gerade so bei 12.000. Und kann ich den kompletten Tank hier noch reinjubeln, ins Gewächshaus. Ja. Tipptopp. So, was haben wir jetzt hier? 19.384. 19.000 Liter. Und das ist fast voll. Hervorragend. Das ist ja richtig geil. Also, dann läuft das doch richtig gut. Halt, Tür zu machen. Die Wärme geht raus. Ne, ne? So. Dann lübt das. Kurz zwischendurch hier gucken. Er ist 77% gefüllt. Das heißt, er kann jetzt noch mal schön die Bahn durchziehen. Und in der Zwischenzeit fahre ich schon mal wieder Wasser holen. So, da oben kommt auch schon die Meldung. Der Helfer hat das Kornlager zu 80% gefüllt. Das heißt, wir lassen den jetzt hier noch mal eben kurz stehen. Ich hole das mal eben raus, das Getreide. Also, den machen wir eben voll. Dann eben der Wechsel zu dem anderen Traktor. 100%. Jetzt hier hinterher fahren. Alter, so. So ist effizient. Man muss die Zeit ja auch nutzen. Ich hab mir gedacht, alter, der braucht ja schon lange, bis ich hier... Bis der da fertig ist, bis der da voll ist, stehe ich die halbe Zeit daneben. Und immer eins zu eins einfach mitfahren ist halt auch irgendwie langweilig, wenn da immer nur drei Kartoffeln reinfallen. So, jetzt kann er mal Gas geben. Tempomat hatte ich eigentlich auch schon richtig eingestellt. Zack, auf die Taste 3. Nö, du musst bloß fahren, 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 fahren. Und gleich hält er an. Dann halte ich auch noch mal an. Aber er... Ne, 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 drehen wir noch nicht um hier. Er kann erst mal schön abladen hier komplett. Wird das voll? 100%? Das wäre natürlich richtig nice. Ja, schnell weg. Und er dreht auch immer hier in meine Richtung. Oh, 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 Objekt blockiert. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, der gurkt aber auch ohne der Helfer. Kannst du nie ausdenken. Aber es funktioniert. So, wieder raus mit den ganzen Erdäpfeln. Zack. Gib ihm. Ja. Alter, was die hier rausballern. Wusch. Komplette Menge. So, ich glaube, ich lasse ihn jetzt hier erst mal noch eben stehen. Und gehe jetzt erst mal wieder, guck mal, 44% abgeliefert. Das ist gut. Das heißt, das sind jetzt vielleicht noch 3, 4 LKW-Ladungen. 5 maybe. Boah, ey. Das ist ja wirklich ein Monsterauftrag. So, währenddessen dann das Wasser wieder voll machen für die zweite, das zweite Gewächshaus, die zweite Zisterne hier. Zack. Komplett vollfüllen. Sehr gut. 50% sind schon drin. Damit ist er auch hier, das zweite Gewächshaus, nahezu bei 100% Füllstand. Zack. Weiter geht's. Drittes Gewächshaus. Da haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit für, bis das dann, bis der Kartoffelernter wieder voll ist. Oh, boah, fast das Reh überfahren. Hui. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Deswegen jetzt ganz entspannt wieder zum Wassergurken. Und voll machen das Teil wieder. So, rein da in die Pfütze. Ob ich für das Fischbecken, ob ich für die Fischzucht dann auch irgendwann immer mal wieder frisches Wasser brauche oder nur einmal und sich das dann quasi automatisch wieder reinigt und man dann immer nur vielleicht so ein bisschen den Dünger oder irgendwie sowas braucht. Das ist natürlich dann die große Frage. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber bis dahin ist ja noch ein wirklich weiter Weg, dass wir dann irgendwann die Fischzucht haben. Dafür braucht man natürlich erstmal komplett halt die ganze Versorgung. Nicht ausreichend Geld, das natürlich auch. Aber auch erstmal für die gesamte Versorgung, ja, für alle Felder, für alle Lebensmittel sozusagen, alle Nahrungsbestandteile für die Fische. Da braucht man natürlich einige Felder für und das wird noch ein langer Weg, ne? Das wird noch ein bisschen brauchen, ne? So, und da ist er auch schon wieder. Sehr gut. Läuft doch hier. Und zum letzten Kanister voll machen und damit sind alle drei Gewächshäuser maximal gefüllt. Das ist richtig, richtig nice. Und damit können wir ganz getrost das einfach jetzt hier weiter laufen lassen. Und ich liebäugel ja tatsächlich damit, das auf automatisch verkaufen zu stellen, damit ich damit einfach gar nichts mehr zu tun habe, sozusagen. Also Wasser nachfüllen, das Höchste der Gefühle. Aber dann war's das. Andererseits brauche ich natürlich auch immer noch alles, was ich kriegen kann, an Cash. Das ist ja wohl auch klar, ne? So, jetzt kärchern wir den hier mal eine Runde. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas sieht. Glänzt der jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr? Ich meine, der war ja eigentlich nur im Wasser drin, ne? Oh, ich glaube, da ist nichts mehr rauszuholen. Da noch ein bisschen. Da ging man da noch ein bisschen mehr Glanz auf den Felgen. Damit der John Deere mal wieder richtig schön strahlend gelbe Felgen hat. So muss er aussehen, der Johnny. So, ins Fahrzeug einsteigen wieder. Und die Meldung kam schon. Der Helfer ist schon wieder bei 80% Füllstand. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, ich will schon schubsen. Ich glaube, ich betoniere das hier mal irgendwann. Oder so teilweise, oder? Müssen wir mal gucken. Dass ich hier so ein bisschen mehr Weg habe. Das wird ja hier eh alles... Also, es bleibt ja nicht Feld hier, ne? Das wird hier alles schön mein Betriebsgelände. Und Felder und Acker und so, die kommen dann irgendwann extra. So, den lassen wir kurz hier stehen. Und es geht zurück in den Ernter. Der ist bei 98%. Jetzt aber schnell. Der steht auch bestimmt gleich schon bei 100%. Und ich bin noch nicht mal am Feld. Hoppala. Und da steht er auch schon und wartet. Hat keinen Platz mehr. Also, da komme ich doch gerade rechtzeitig. Voll machen das Teil. Komm, lass krachen. Volle Ladung. Da geht einiges rein. Ja, also, das ist auf jeden Fall Kartoffelernten auf einem anderen Level. So macht das, hoppala. So macht das Kartoffelernten Bock. So kann man das mal machen. Nicht so schlecht. Richtig, werde ich komplett voll. 80. 100% bei ihm, 100% bei mir. Ja, wa? Ja. Geilo. Lohnt, hoppala. Ein paar Erdäpfel sind mir auf den Kopf gefallen. Aber das lohnt sich doch. Dann lasse ich ihn jetzt hier wieder schön zwei Bahnen fahren. Dann müsste er so einigermaßen die jetzt zurück. Na, vielleicht sind es sogar zweieinhalb. Und dann ist er gleich wieder voll. Wir bringen schnell die Erdäpfel wieder weg. Und mal gucken, wie weit dann der Auftrag ist. So, und damit ist er auch schon wieder fast leer. Perfekt. Und jetzt gucken wir eben rein. Wie weit ist der Auftrag? Aktiv. Das ist es. 50%! Mal, da Kartoffelernten, ne? Ist vielleicht doch einfach echt, echt anstrengend. Hart verdiente 15.000 Ocken. 15.000 Euro. Das ist wirklich hart verdient, ne? Mann, 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 Mann. Ich sehe gerade, ne? Dadurch, dass ich ja jetzt hier noch Zeit habe, so viel zwischendurch. Ich glaube, ich pflüge einfach mal eben Feld 39. Ich leime das aus. Und mache das eben fettig. Das sind nochmal 10.000, beziehungsweise Minus. Aber gut 8.000. Zack, ausgeliehen. Der fährt jetzt hier seine Bahn. Ich schnappe mir hier eben alles. Und pflüge einfach mal eben. Mann, was ist das denn für eine geile Maschine? Komplett in black. Deutz Fahr. Deutz Fahr? Was ist das? Die Edelversion vom Deutz oder Wett? Hör mal nicht schlecht. Der sieht ja cool aus, ja. Ob meinst du, dass du da am Schwitzen bist im vollen Sommer? So, das Ding ist das so. Kann ich damit schon losfahren? Alter, der sieht ja cool aus, ja. Komplette Beleuchtung. Der Deutz Fahr. Krass ist das so. Krasses Teil. So, was hat man gesagt? Feld 39 war das, ne? Feld 39 und das war relativ easy. Genau. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Hier eben rüberbreddern. Und dann sehen wir uns. Jo, ich fange einfach hier vorne an. Zack, zack, zack. In dem Bereich. Ab geht es. So, direkt hier hin. Hoppala. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie denn das Ganze hier, wie denn das Ganze mit dem Pflügeln läuft und wie weit ich das hier einstellen muss. Wir gehen natürlich wieder rein ins GPS. Steuerung S. Wir gehen auf Ufführung an. Automatische Breite. 3, 33. Ähm, A Richtung. A Punkt setzen. Und ich glaube, das ist es. Ja, das ist es. Warte mal. So ist das richtig? Oh. Was ist denn da schon wieder los? Wahrscheinlich müsste ich auf der roten fahren. Ja, ja, der fährt auf der roten. Damit das, damit das auf dem, auf dem anderen soll jetzt Pflug senken. Pflug heben, Pflug zuklappen. Oh, Alter, bin ich die ganze Zeit verkehrt gefahren? Pflug heben, Pflug drehen. Jo, das ist ja cool. Na ja, macht ja auch Sinn, ne? Oh, das ist ja cool. Aber ich glaube, so ist schon richtig. So, jetzt fahre ich noch mal ein bisschen vor. Wir wollen ja hier genau an der Kante anfangen. Felderstellen zulassen. Wahrscheinlich nicht. Aber egal, ich ballere das jetzt hier durch. Pflug drehen, zuklappen, senken. Ja, erst mal machen wir senken. Zack. Und jetzt Tempomat auf die drei. Und ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Ja. Der lässt so ein paar Einzelne, den lässt er hier am Rand so ein bisschen stehen. Ja. Hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr nach links rüber lenken können. Kann ich das immer noch? Parallel? Ja, kann ich. Ja, kann ich. Perfekt. Man kann es während der Fahrt sogar noch anpassen. Dann läuft das sogar noch besser. Perfekt. Den lassen wir jetzt hier schön durchlaufen. Und währenddessen muss ich jetzt bloß im Blick behalten, wie... Alter, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig breit, ne? Ich sehe es gerade, ey. Das sind auch wieder... Das ist auch wieder richtig Strecke, ey. Ich brauche einfach so einen größeren Pflug. Und dann läuft das auch. Da kann man auch mal eben so einen Pflügeauftrag machen. Mit so einer... Hat die volle Kornkanna. Okay, kann man. Das heißt, wir müssen mal eben stoppen. Wechsel. Abpumpen das Ganze. Wegbringen das Ganze. Alter, jetzt kommt's... Jetzt komme ich hier noch richtig in Stress. Mal eben schnell ein paar Kartoffeln ernten. Aber guck dir doch mal an. Ich habe jetzt gerade mal... Ich habe jetzt gerade mal 50%. Das ist es ja. Gerade mal die Hälfte erreicht. Und in der Zwischenzeit mache ich einfach noch einen anderen Auftrag. Zap, zap, zap und gib ihm. So, mach voll das Ding. Und mach leer das Ding. Zap, zap, zap. So geht das natürlich schnell, ne? Zack, zack. Einmal kurz geschnitten und schon ist er da. Aber die ganze Gurkerei und alles. Leco, funny. So, und den lassen wir jetzt hier direkt wieder stehen. Und ich gehe direkt weiter wieder zum Flügen. Rein da. Auf drei. Und es geht weiter. Ja. ARD Text im Auftrag des ZDF Eieiei, ob ich mir damit jetzt wirklich einen Gefallen getan habe? Ah, das ist ja eine ähnliche Qual wie mit dem Kartoffelding. Ich meine, die Kartoffelmaschine, die sieht ja wenigstens noch affengeil aus. Das ist ja ein Hammergerät. Aber hier, was ne Qual, Alter Faller. Was ne Qual. Hart verdientes Geld. Ich sage dir, ich drehe hier eine Bahn nach der anderen. Immer schön den Pflug wenden. Zack, 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 hin und her. Das ist ja auch der Hammer, ne? Und ich kann nicht mal mit Vollgas hier durchbreddern. Oh, ich glaube, das Einzige, was da sinnvoll ist, mit einem richtig dicken, fetten Gerät, vielleicht so Multi-Aufträge machen. Irgendein Riesengerät ausleihen, wenn es das überhaupt gibt. Und dann damit die kleinen Aufträge auch mal eben fertig machen. Aber da muss das wirklich ein breites Teil sein. So was hier ist ja auch wirklich ne Qual. Wie viele Reihen sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich glaube, das sind sieben oder acht Reihen schon. Oh, und es folgen noch 20. Oh mein Gott. Mach ich gerade nen Fehler? Jetzt pflüge ich das gerade quer. Ist das überhaupt richtig? Nachher will er es längst gepflügt haben und nicht quer. Oh mein Gott, da muss ich sie nochmal nachfragen, oder was? Wenn man, das war ja, das ist ja eigentlich, das ist ja in die Richtung gepflügt. Und jetzt pflüge ich das in die Richtung. Nee. Ah, es sieht schon geil aus, ne? Es sieht schon geil aus, wie der Ding hier durchmäht. Und das Schöne ist, wir haben den ersten Auftrag sozusagen abgeschlossen. Aber wir machen natürlich noch weiter, denn wir wollen natürlich auch da beim Ernten alles mit rausziehen. Das ist natürlich wichtig. Alles rausziehen, alles abernten, damit wir dann natürlich auch auf oder alles verkaufen können und vielleicht auch noch einen zusätzlichen Bonus erhalten. So, und währenddessen mache ich natürlich hier weiter mit dem Pflügen vom Acker. Hier mache ich natürlich dann auch nur so weit, bis das Ganze hier auch erledigt ist. Also bloß nichts zu viel, denn das kriegen wir ja nicht bezahlt, ne? Also, zack, den Pflug wieder rein in die Erde. Yo, und dann zieht er hier durch die Bahn, ey. Richtig, richtig nice. Ab geht er. So, der Arbeiter hat die Arbeit erfolgreich beendet. Hervorragend. Dann haben wir doch hier jetzt alles erledigt. Da vorne stehen noch drei, vier Pflanzen, die nehmen wir auch nochmal eben mit. Ja, guck, hier so ein Büschen hat er am Rand geschlampert. Ist das Ding an? Nee, ist nicht an, ne? Ich muss das Ding einschalten. Einschalten auf B. So. So, dann nehmen wir nochmal ein paar Kartoffels mit. Jawollo. Und die da hinten auch nochmal eben. Und dann haben wir doch das gesamte Feld hier Tipo, Tipitoppi, Picobello abgeerntet. Zack, die haben wir auch noch. So, einklappen alles. Schnell nochmal abpumpen alles. Und dann Auftrag abschließen. Ich glaube, der Helfer ist auch schon raus aus dem Ganzen. So, die letzte Fuhre. Erdäpfeln. Und wenn die durch sind. Da war ein bisschen knapp, ne? Wenn die durch sind, hier die letzten Kartoffeln. Dann kriegen wir auch unseren Lohn. Beziehungsweise auch noch unseren Bonus für alles komplett abgeerntete. Also für die Ernte. Ich bin sehr gespannt. Gleich nochmal reingucken in den Auftrag. Wie viel der eigentliche Lohn sein sollte. Und bevor ich jetzt hier alles ablade, sozusagen. Genau, der Helfer ist da raus. Da hockt keiner mehr drin. Das ist gut und wichtig und richtig. Hoppala. Das ist auch alles draußen. So, jetzt nochmal schnell zum Abliefern. Nochmal 63% beladen. Und dann gucken wir, was wir so an Cash kriegen. Also nochmal schnell reingucken hier in den Auftrag. Wir haben oder sollten bekommen für, da sind die Aufträge noch aktiv. Pflügen ist noch aktiv. Und das ist abgeschlossen. 15.400. Minus Miet, also 14.000. Und 14.400 kriegen wir nochmal extra. Oder 14.400 kriegen wir. Und jetzt geben wir das hier alles ab. Letzte Ladung. Und damit müsste doch jetzt hier auch gleich nochmal die gesamte Kohle stehen, oder? Was wir so an... Da, 2.000 kommen nochmal obendrauf. Verkaufte Produkte. Das ist gut. Und jetzt können wir das Ganze hier auch noch abgeben. Abgeschlossen. Abschließen. Feldernte. Uums. 14.400 obendrauf. Wir sind bei 49.000. Ist das der Hammer. 49.000. Und das heißt, jetzt nochmal schnell weiter hier pflügen. Das Ganze muss natürlich jetzt auch noch weiterlaufen. Aber hier werde ich natürlich einen Teufel tun. Und das Ganze picobello bis zum Ende pflügen. Sondern halt das Nötigste. Und wenn da steht, Auftrag erledigt. Dann aber ganz schnell raus hier aus der Karre. Die letzten 5% sind angebrochen. So macht das doch Bock. So langsam reicht es aber auch. Das Ganze hat ja jetzt ewig gedauert. Über 3 Stunden. Kartoffeln ernten. Dann nebenbei hier noch das Feld pflügen. Mann, Mann, Mann. Was für zwei Wahnsinnsaufträge. Und jetzt. Endspurt. Endlich die letzten paar Prozent von diesem Acker. Und dann ist es auch endlich vollbracht. 100% sozusagen vom nötigen Feld erreicht für den Auftrag. Und wenn das geschafft ist, endlich zurück zur Base. Gucken, was wir dann insgesamt an Cash gemacht haben. Das hat sich auf jeden Fall heftig gelohnt. Also, richtig, richtig fette. Zwei Aufträge. Vor allem das mit den Kartoffeln machen. Ich sage dir, ich bin schon gerade dabei, nebenbei ein paar Kartoffeln aufzusetzen. Heute Abend gibt es gleich erstmal schön Kartoffelzahlen. Einmal noch schnell gewendet. Jetzt geht es wieder zurück. Wir sind bei 99%. Und jetzt heißt es Endspurt. Ein Streifen, zwei Streifen bleiben ungefähr stehen. Das sieht auch noch soweit ganz gut aus. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und das Ganze kann endlich abgeschlossen werden. Wo bleiben sie? Die 100%. 100%. Es ist geschafft. Ohohoho. Wahnsinn. Endlich. Erledigt. Abgefahren. Sofort Motor aus. Sofort alles abgeben. Was für ein Auftrag. Und dafür, naja, knappe 8.000. Das war aber hart verdientes Geld. Abschließen. Kratsching. Und damit haben wir jetzt insgesamt fast 60.000 schon gemacht. 57.300. Das ist doch der Hammer. Richtig gut Cash für unsere Gemüsefarm hier. Ja, und natürlich ein großer, großer Meilenstein auf dem Weg zur Fischzucht. Also, es sieht gut aus. Cash kommt rein. Dicke, fetter Aufträge kommen auch rein. Das heißt, beim nächsten Mal, ja, geht es wieder weiter. Nächstes Ziel setzen vor allem. Und mal gucken, wann wir denn dann das eigene Feld auch noch abernten können oder müssen. Und was wir dann damit machen. Das war krass. Über drei Stunden jetzt hier durchgeballert. Konstant eins nach dem anderen hier weggefahren und weggegrubbert und weggepflügt und weggeerntet. Hammer, hammer hart, Alter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder mal im Livestream. Bis dahin.